Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, am 3. Dezember ist der Welttag der Menschen mit Behinderungen. Ich möchte Sie als behindertenpolitischen und sozialpolitischen Sprecher meiner Fraktion Bündnis 90 Die Grünen dazu einladen, den Behinderungsbegriff einmal grundsätzlich zu hinterfragen und neu darüber nachzudenken. Ist es denn wirklich so, dass eine Behinderung eine Eigenschaft eines Menschen ist? Oder ist es nicht vielmehr so, dass Behinderung eine Funktionsbesonderheit, ein Anderssein bedeutet? Die Behinderung tritt doch erst dann ein, wenn ich mit dieser Besonderheit, mit dieser besonderen Eigenschaft nicht so wie die anderen Menschen der Mehrheitsgesellschaft am Arbeitsleben und am gesellschaftlichen Leben teilhaben kann, wenn mir andere mit Vorurteilen begegnen und Barrieren gegen mich errichten. Ich möchte das mit einem Beispiel verdeutlichen. Nehmen wir eine gehörlose Person. Gehörlos. So what? Wenn Ämter, Sparkassen, Schulen über Angestellte verfügen und Lehrer, die Gebärdensprache beherrschen, wenn Arbeitgeber den Arbeitsplatz anders einrichten, mit Hörhilfen und anderem mehr, dann kann eine Person, die gehörlos ist, fast genauso wie Sie und ich, wie andere Menschen am Arbeitsleben und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen. Man ist also nicht behindert, man wird behindert. Nächstes Jahr, 2008, wird hoffentlich von der Bundesrepublik Deutschland die UN-Konvention der Rechte der Menschen mit Behinderung verabschiedet werden. Diese ist ein echter Meilenstein. Kämpfen Sie mit dafür, dass dieses verwirklicht wird. Denn dort wird weltweit zum ersten Mal festgelegt, die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen ist kein Akt der Fürsorge. Es ist ein Menschenrecht. Helfen Sie mit, dass sich diese Sichtweise weltweit und in unserem Land durchsetzt. Schreiben Sie mir, schicken Sie mir eine E-Mail, rufen Sie mich an, wenn Sie gemeinsam mit Bündnis 90 Die Grünen und mir für diese Sichtweise streiten wollen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020